so und bei diesem rätsel da müssen wir gucken wo dieser diese mulde immer stehen bleibt die bleibt immer nur an genau einer selben stelle stehen sowie jetzt und die zweite wenn man darauf achtet bleibt sie auch immer an derselben stelle stehen wo man sie reinfahren kann und zack so und die hier stehen geblieben das heißt jetzt müssen wir hier warten also eigentlich auch ganz easy